Eine schlechte Nachricht für alle Fans vom Hamburger Royal TS. Der wird abgeschafft. Ein letztes Mal blicken wir voller Wehmut zurück auf die saftige Tomate. Zurück auf den knackigen Salat und den Käse. Aufs reine Rindfleisch. Tschüss, Hamburger Royal TS. Und wer noch einen haben will, sollte jetzt zu McDonalds gehen. Hamburger Royal TS. Bis jetzt zum letzten Mal. Schade.